Ach komm schon! Er hat sich nicht gewehrt. Er wollte es auch! Hey! Der ist direkt von meinem Face gegangen. Oh nein, warum T-Bag der denn, Freunde? Old Man! Hallo Old Man! Was up? Noch ein Old... Ne, ist kein Old Man, aber er ist auch schon in die Jahre gekommen. Da hinten ist einer, I know. Er will es also wissen. Der Ace will es also wissen. Ich werde dich jetzt da berühren, wo er es gar nicht mag. Nämlich in seinem Herzen. Und da sind seine Freunde. Ich werde seine Freunde berühren. Am Haken. Okay, das klingt vielleicht auch falsch, aber... Oh, hallo! Yes, my friend. Die Palette, die haben wir gerade von weg gemacht. Die ist nicht mehr da. Oh, und mir leidtut. Damit hast du nicht gerechnet, hörr! Er ist gruseliger wie ein Ghostface, dieser Ace. Ich habe Ghostface als Survivor getarnt. Keine Sorge, ich hole den nochmal. Fehler macht er nochmal. Weiste kurz da, ich geh, ich geh zu dem Hak. Los! Okay. Es geht kurz, seit ich geh zu dem Hak. Ja dieses schwere Pferd! Ich habe hier irgendeinen alten Mann husten hören. Der ist wirklich hier. Ich habe ihn wirklich husten hören. Hier ist der Old Man. Alle sind hört, ist gut. Knappen wir uns schon, Freunde. Er wird jetzt ziehen. Er lässt auch mal auch schon mal weg. Er will es nicht anders, gell? Er will es richtig hart. Und wer bin ich, der hier Leuten die Wünsche verweigert, wa? Ich bin nicht mal gespannt, was sie zu dritt machen. Oh, danke schön. Okay, okay, okay. Er will sein Dehnhaus zeigen. Ja, ich glaube auch. Es wird Zeit, den Ace zu snacken. Ja, auf einmal wird hier viel weniger geprollt, seit der eine weg ist, ne? Beide sind dort. Ich wollte den Typen, aber nicht sie jetzt. Na, den wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich erst den Mann hier killen. Erst die Männer, dann die Ladies. Jetzt ist es Zeit für den Old Man. Wo ist der alte Mann? Ich habe den alten Mann verloren. Es ist nur noch Ace da. Ace hängt einfach durch. Ace, es tut mir fast leid. Ja, es ist wieder hier. Nein, ich habe gesagt, hier wird sie nicht geheilt. Wenn ich sie jetzt killen, dann haben wir wieder nur ein Bill und ihr wisst, wer hat schwach bei Bill. Der gute alte Mann, den kann ich doch nicht killen. Lass den leben, ja? Den Bill. Ja, ich bin Bill. Ja, ich bin Bill. Soll ich gehen lassen? Und da willst du ihn leben lassen? Ich suche jetzt die Luke. Bist du nett? Mist, aber es ist Bill. Ich bin bei Bill immer nett. Guck mal, er wehrt sich auch nicht. Er weiß. Er weiß, ich habe ein gutes Herz. Er hat sich nicht gewehrt. Er wollte es auch. Er wollte es auch. Mach's gut, Bill. Bei Bill kann ich doch nicht Nein sagen. Der alte Mann, den kann ich doch nicht töten. Jeder versichert. Warte, was, Kayato? Wir zusammen. Kayato, Zota, Justin und ich. Was soll schon passieren, right? Was soll schon passieren? Oh, ich bin sorry. Es ist ein Ego-Gen. Warte, was soll ich nicht mehr sein? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich gehe mir aus, wo ist er? Could be anywhere Thanks Oh my god Alter, es war schlimmer als ein Jumpscare. Warte, ich erschreck dich. Ich habe dich erschreckt. Dustin hatte Angst, habt ihr gesehen? Seine Knie haben geschlottert. Was, mein Gen, mein geliebter Gen ist ganz auf Null. Wir sind ja blinded oder so, oder? Ich sehe Zotan nicht, ah doch. Zwei. Oh nein, ach komm schon. Das gibt es nicht. Oh boy. Er geht. Verwidert. Ich habe einen für die Team. oder zota take one nein wir können es nicht schaffen nämlich zweimal vom ding abgezogen zweimal bekommen ohne auch nur irgendein ich habe sie jetzt die ganze zeit gedreht mein gen ist doch fast fertig oh mein gott drei vertreiber dieser gen oh mein gott das kannst du keinem erzählen oh 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 oh